Oh! Smooth, du fährst dich. Rosemary ist bei uns. Dein Familiengarten. Willkommen nach der Arbeit. Sie wirkt ein bisschen verwirrt. Sie redet von deiner Mutter, als wäre sie gerade um die Ecke. Sie ist einfach ein bisschen retro. Wieso bist du nicht in der Schule? Du kannst nicht einfach schwänzen. Prost, Mami. Ich weiss, dein Vater ist eine Weile her. 15 Jahre. Neli? Du bist plötzlich da. Wohnst du da? Ja, voll. Es ist genial. Noch nicht in einer Woche alle pico bello ist. Mach ich die Kundigung. Geh jetzt mal die Rosen schneiden. Der Garten des Präsidenten muss repräsidentieren. Grill muss 1,50 Meter breit sein, Mami. Ist das Grill Halal? Halal? Multikulti. 1,50 Meter. Mindestens. Mindestens. Es ist einfach verantwortungslos. Unkonventionell. Ich schlage Neli vor. Als Präsidentin. Neli vor Präsident. Nein, Neli vor Bad. Du musst dich durchsetzen. Es ist eine Demokratie hier. Wir sind nicht in Italien. Wir müssen es einem Neli sagen. Ist etwas passiert? Was denn immer zuerst etwas passiert? Ist etwas passiert? Ist etwas passiert? Allein schon diese Frage. Es kommt so wie es kommt. Es kommt so wie es kommt. Es ist niemand so schön wie hier. Es kommt so wie es kommt. Es kommt so wie es kommt. Es kommt so wie es kommt. Es ist halt nicht immer alles Apfel. Es ist manchmal auch Butschki. Butschki.